Tadaa, ich bin nicht ganz dicht. Ich habe viele kleine Luftbüsschen im Gehirn, die blubbern die ganze Zeit. Ja, Luft kann blubbern. Ja, bei mir blitzt es durch. Ja, so schaut's nämlich aus. Der Blitz hat in mein Gehirn eingeschlagen. Ja, willst du das auch, die Pillen, die ich genommen habe? Ja, willst du? Ich lasse dir keine Pille von mir zukommen, weil meine Pillen tun mir extrem gut. Ich habe eine Pille genommen und jetzt geht's mir extrem gut. Auf gut steirisch bin ich angeflaschelt. Könnt ihr das auch? Bregt ihr das zusammen? Ja oder ja? Seid ihr auch so blöd wie ich? Wo kommt denn der Hut plötzlich her? Das ist ein extrem krasser Schnittfehler. Auf mit dem Hut. Beine zusammen. Schultern gerade. Zu Befehl, Sir. Es reicht mir endgültig. Ich verabschiede mich von diesem extrem krachen Video. Wo bin ich? Habt ihr gedacht, es hört jetzt auf? Es geht jetzt erst richtig los. Unsere tägliche Pille gib uns heute und vergib uns unseren Blödsinn, wie auch wir vergeben unseren Schwachsinnigen. Ja, ich habe meine Pille genommen. Ich muss das mit etwas Wasser rot erspülen, meine Pille. Oh nein, bitte nicht. Jetzt kann ich den Tisch auch noch sauber machen von dem Wasser, das ich gerade verschüttet habe. Tut mir ehrlich leid, dass ich Wasser verschüttet habe? Es kommt nicht mehr vor. Nein, nie mehr. Ich kann das. Nöu. Ich kann das. Dass du drauf anしょう. Es kommt keiner. Ich kann das. Verstehung. Wir sind nicht mehr. Vielen Dank.